Niesen und Husten ist nicht nur in Zeiten von Corona eine echte Gefahr. Rund 90% der Ansteckungen mit Grippeviren erfolgen mittels Tröpfcheninfektion über die Atemluft. Wissenschaftler der finnischen Alte Universität haben am Beispiel eines Supermarkts ein 3D-Modell erstellt, das die Auswirkungen ungeschützten Hustens oder Niesens auf die unmittelbare Umgebung zeigt. Diese Erkenntnisse lassen sich auch auf vergleichbare Umgebungen übertragen, beispielsweise auf Baumärkte und Gartencenter, freie Flächen, hohe Räume, Klimaanlage. Wenn man aufgrund der aktuellen Corona-Situation schon nicht vor die Tür darf, dann macht man es sich eben zu Hause oder im Garten schön. Nirgendwo sonst kauft der Hobby- und Heimwerker so gerne ein wie im heimischen Baumarkt. Das allerdings führt zu langen Schlangen vor den Märkten und die Gefahr, sich trotz Ausgangsbeschränkungen mit dem Coronavirus zu infizieren, erhöht sich mit jedem Menschen in der Warteschlange. Hustet beispielsweise ein infizierter Kunde im Gang- oder im Kassenbereich, verteilen sich die ausgehusteten Viren als Aerosolwolke über mehrere Meter und bleiben bis zu 5 Minuten infektiös in der Raumluft erhalten. Bereits ein Huster reicht aus, um die Viren über mehrere Gänge hinweg im Markt zu verteilen, wo sie dann unbemerkt eingeatmet werden. Setzen Sie daher ein sichtbares Zeichen gegen die unsichtbaren Viren in der Luft. Mit einem Hochleistungsluftreiniger von Trotec senken Sie nicht nur das Infektionsrisiko über die Raumluft. Sie zeigen auch Ihren Kunden und Mitarbeitern, dass Ihnen deren Gesundheit am Herzen liegt. Um das Ansteckungsrisiko in Baumärkten signifikant zu reduzieren, empfiehlt Trotec den Einsatz eines Hochleistungsluftreinigers mit H14-HEPA-Filter. So werden Influenza und Coronaviren effektiv zu 99,995% aus der Atemluft gefiltert und das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen sinkt auf ein Minimum. Besuchen Sie uns auf unserer Homepage www.trotec.de www.trotec.de www.trotec.de